Als Maria Therese die leibeigener Bauern von Peter der Fron hat befreit, drang die Kunde davon in die Dörfer und Teele und über die Berge so weit. Und ein Bauer in dem schönen Kirol führte wie um sein Herz einer Fessels, der sprach. Und er ginge vor Freude hinauf in die ewige Freiheit der Berge und sah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Friedrich der Große von diesem Tirol und von seinem Jodler Gehör. Friedrich der Große von diesem Tirol und von seinem Jodler Gehör. Friedrich der Große von diesem Tirol und von seinem Jodler Gehör. Friedrich der Große von diesem Tirol und von seinem Jodler Gehör. Friedrich der Große von diesem Tirol und von seinem Jodler Gehör. Friedrich der Große von diesem Tirol und von seinem Jodler Gehör.